Moin liebe Sportskamera, euer Görki am Starten. Viele haben mich mal hin und wieder so gefragt, hey Görki, was ist denn das? Ich habe so ein Knacken in den Gelenken und hier habe ich mal ein Beispiel für euch. Und ja, so ein Knacken in den Gelenken, das kennt ihr sicherlich, vielleicht auch zum Beispiel beim Latzug merke ich das hin und wieder, dass es mal ein bisschen knackt. Ähm, Rot, hier haben wir natürlich mit Rot den Experten, ne? Ich kann euch ja da nicht viel zu erzählen, aber was ist das Knacken in den Gelenken? Woher kommt das? Ist das gefährlich oder nicht? Ähm, Knacken der Gelenke, das haben sehr viele Menschen und in den meisten Fällen ist es nicht gefährlich. Es ist sehr häufig, dass einfach in der Gelenkflüssigkeit, dass sich da kleine Bläschen bilden und wenn man da irgendwie ein bisschen was bewegt oder auseinander zieht, dann kann es sein, dass diese Bläschen sich, ja, dass die einfach platzen oder es kann halt auch sein, dass in der Gelenkflüssigkeit halt einfach so kleine Gasblasen sind und die dann einfach, genau. Oder ein Unterdruck in den Gelenken, das kann man sich so vorstellen, wenn man beim Auto das Navi hier an die Windschutzscheibe dran macht, diese Saugknöpfe, genau, diese Saugknöpfe und die dann weg zieht, dann macht sie auch, das heißt, durch Unterdruck. Da gibt es noch eine dritte Version und zwar, es kann auch sein, dass durch eine kleine Disbalance, dass da einfach irgendeine Sehne über einen Vorsprung drüber schlittert. Also im Endeffekt kann man eigentlich sagen, in den meisten Fällen ist es harmlos und was ganz normales, auch wenn man sich das schlecht vorstellen kann, dass Luft in den Gelenken platzt oder knackt. Aber in den meisten Fällen ist es unwahrscheinlich, dass es irgendwie eine Verletzung ist oder was schwierig ist. In welchen Fällen kann man sagen, gehen wir doch lieber zum Arzt? So wie bei Julia gerade? Also ja, aber Julia hat ja zum Beispiel überhaupt keine Schmerzen. Also das heißt, wenn man keine Schmerzen hat, dann ist das in der Regel unbedenklich. Wenn man sich unsicher ist, dann vielleicht auch mal einen Arzt oder Orthopäden einfach mal aufsuchen und da vielleicht mal ein paar Bilder machen lassen vom Gelenk. Aber in der Regel ist es wirklich ohne Schmerzen eigentlich kein Problem. Selbst das Einrenken, also das kennt man ja auch beim Chiropraktiker oder auch beim Osteopathen. Das knackt natürlich auch, ne? Das knackt natürlich auch, aber ist jetzt nicht, wo wirbel an wirbel irgendwie reibt und alles kaputt macht, sondern das ist halt auch wirklich meistens nur so ein Unterdruck. Und grundsätzlich einfach gut aufwärmen, dann hat man auch dieses typische Knacken, was eigentlich auch nicht schlecht ist oder nicht schlimm ist, sowieso schon weg, wenn man sich gut aufwärmt, dann sind die Gelenke geschmiert. Dann kommt es wahrscheinlich auch weniger vor, dass das Knacken dann irgendwie während der Übung auftritt, oder? Genau, richtig. Also gutes Warm-up ist eigentlich für viele Sachen ganz gut. Also nicht nur für die Muskeln, sondern natürlich auch für die Gelenke und für den Knorpel. Genau, einfach nur mal so eine kleine Entwarnung. In den meisten Fällen habt ihr, wie gesagt, keine Beschwerden oder auch keine Verletzungen, wenn es mal knackt. Macht euch da nicht so den Kopf, das kommt hin und wieder vor. Ja, wenn ihr einfach mehr zu diesen Themen vor allem wissen wollt, geht mal auf Ruiz Kanal. Hier oben ist nochmal das Logo, Osteavital. Da sind dann auch solche Fragen öfters mal geklärt und gerade was gesundheitsorientierte Fitnessübungen und Fitnessthemen angeht, findet ihr besonders viel dort. Und ja, ich denke, wir sind raus. Ich hoffe, euch hat das kleine Video weitergeholfen. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Das war's. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020